Hier befinden wir uns am Südhang des Michaelsbergs. Wir gehen da auf einem Weg Richtung Obergrombach entlang. Überall die tollsten Herbstfarben. Das Wetter muss man ausnutzen. Vor zehn Jahren stand diese Hütte noch ganz anders da. Jetzt ist sie fast zugewuchert. Das kann man wirklich als goldenen Oktober bezeichnen. Wir haben es im Schatten 14 Grad und in der Sonne sind es angenehme 20. Ganz ganz herrlich dieses Oktoberwetter. Wer bei diesem Wetter nicht in die Natur geht, sondern in der Stadt rumtappt, ist selber schuld. Hier geht es den Steinbruch runter, den wir vorhin gesehen haben. So weit unten am Michaelsberg wurde kein Weinbau betrieben, sondern Obstanbau in Streuobstwiesen. Boah, da geht es ganz schön runter. Das kann man im Video gar nicht so erkennen. Oh, eine Schafherde. Schön. Er ist doch idyllisch, oder nicht? Blick auf Obergrombach. Da waren wir vorhin schon, als wir das Grombachtal hinauf gelaufen sind. Ich bin da unten angekommen, wieder zurück und nun außenrum den Michaelsberg hoch, wieder hier herunter gelaufen. Schöne Hütte. Ja, da unten waren wir vorhin und sind wieder umgekehrt. Nun kehren wir ebenfalls wieder um und gehen zurück zum Auto. Ja, da unten waren wir vorhin schon wieder umgekehrt. Da ist schon mal in Elikistan. Bleib ja, ich hole dich. Da waren wir vorhin schon. Das war mir aber zu mühsam, hier hoch zu glittern. Habe ich noch vor Jahren gemacht, aber man wird ja auch älter. Immer noch die alte Hausnummer. Auch eine schöne Hütte, sogar mit Veranda. Schöne Hütte. Schöne Hütte. Schöne Hütte. Schöne Hütte. Untertitelung des ZDF, 2020